Los geht's, Luigi! Nö, mein Yoshi muss erst mal essen. Oh nein, ich hab Yoshi verloren! Schnell, schnell, Luigi, bitte! Ich komme! Schneller! Karztastisch begrüße ich euch zu Super Vanya 013 World, also genauer gesagt zu Super Mario Maker 2, hier auf Katze. Heute mit einem besonderen Gast. Luigi! Ja, heute spielt Luigi mit, also wir sind wieder im Two-Player-Modus. Ich spiele mit meiner Freundin und ich habe sie dazu überreden können, dass wir heute mal gemeinsam kommentieren. Hoch hinauf auf den Baum! Ja, sie muss erst mal noch reinkommen, ihr merkt das schon. Aber das klappt schon. Okay, Luigi, bitte! Ja, das ist typisch Luigi, läuf schon mal in die Röhre. Okay, na gut. Konzentration. Wir müssen jetzt hier durch und wir müssen, glaube ich... Okay, du läufst einfach weiter. Wir müssen, glaube ich, alle rote Münzen einsammeln. Okay, Vorsicht. Hast du Angst? Ich habe immer Angst. Schau dir mal die ganzen Kuhners an. Ey, war doch nicht! Wo bist du? Ich habe dich jetzt verloren. Ah, nein, 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 nein. Ui, ui, ui. Das war knapp. Wo warst du die ganze Zeit? Ich weiß nicht. Okay, laufen wir mal weiter. Hier, Pinz! Lauf da mal rein. Genau, genau. Okay, eben da. So, meine Lieben. Hier kommt noch ganz kurz der Hinweis. Wenn euch Super Mario gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. Denn so verpasst ihr auch in Zukunft keine spannenden, lustigen und lehrreichen Abenteuer mehr. Da war Luigi wohl schneller. Luigi ist immer schneller. Ja, Luigi ist auch so ein bisschen der kleine Nervbolzen hier. So, mal gucken. Wie Brüder halt so Sinn. Ey! So. Ah, okay. Weißt du, schreist hey, aber dabei standst du da nur rum. Klare Aufgabenverteilung. So, jetzt nehmen wir die erste Tür. Okay. Mache immer schön hinterher. Oh, das wird knifflig. Wandsprünge nach oben. So, notfalls. Au! Mein Kopf? Das war doch mein Kopf. Notfalls schleppe ich dich und trage dich. Warte auf mich. So, Moment. Jetzt Konzentration, Luigi kommt. Oh, ja, 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 ja. So, Achtung, Achtung. Ja, jetzt muss er aber springen. War ja klar. So, jetzt. Eieiei. Gut, gut, gut. Und, oh nein, das gibt's doch nicht. Also, jetzt aber pure Konzentration, okay? Ja. Kriegen wir das hin? Eins. Zwei. Ja, immer, immer, wenn's zweimal klingelt. Bip, 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 zack. Au! So, jetzt, Achtung, Achtung. Und, Sprung. Ist Luigi, Luigi, du darfst es nicht vermasseln. Ich bin ein bisschen... Nein. Oh nein. Ich hab mich noch gerettet. Jetzt ein paar gezielte Wandsprünge. Oh, ich hab's geschafft. Wir haben alle Münzen. Oh, Luigi. Ach, du bist wieder in der Blase. Okay. Aber ich hab den Schlüssel. Jetzt öffne mal schnell die Tür. So. Einmal rein mit dir. Erstmal im Bau verstecken. Hier, reinkommen. Komm schon. Du bist immer am trödeln. Echt. Oh nein. Nein. Oh, da hat er dir aber eine reingehauen. Schön in die Rübe. Also, Vorsicht. Wir haben ja gar keine Mütze auf. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Da war ich wohl ein bisschen ungelösen. Aber vielleicht braucht man aber einen Schlüssel. Oder nee. Ah, nee. Guck mal. Da ist das Ziel. Okay. Pass, pass, pass. Nimm mich mit. Wehe. Du läufst wieder durch die Rübe. Komm jetzt raus. Komm, Luigi. Okay. Ich lauf lieber schon mal ins Ziel. Träumer. Das weißt du doch. Ja, das weiß ich. Okay, wir haben es geschafft. Erstes Level durch. Level beendet. Mal gucken, wie die nächste Welt, wie das nächste Level so aussehen wird. Achtung. Eins weiter. Und das Level heißt... Core. Eins. Hashtag eins. Eine Eiswelt. Eiswelt liebst du doch total. Nur ich habe irgendwie nicht die richtigen Schuhe an, merke ich. Du brauchst Winterschuhe. Ja. Komm, wir kaufen uns Winterschuhe. Sonst gibt es ein Problem. Bei Bose. Inzwischen habe ich sogar klettern gelernt. Ja, das sehe ich. Achtung, ganz viele Schneemänner. Was ist das denn? Ach so. Wir müssen hier die Winsen einsetzen. Hey, ich bin eingesperrt. Ja, ja, lauf weiter, lauf weiter. Komm, komm. Wie, wohin weiter? Ja, darunter. So. Jetzt nochmal. Stell dir mal vor, du spielst das alleine. Dann musst du viermal da durchlaufen, um alle Münzen zu bekommen. Ich bin ein flinker Kletterer. Ja, aber ein langsamer dazu. Hey. Flink, aber langsam. Widerspricht sich zwar, aber was sollst du? So. Luigi, beeil dich mal bitte. Na, komm schon. Jetzt. Ja, aber nicht vorbeilaufen. Gut gemacht. Komm mit. So, jetzt in die Tür. Ich hab den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Manchmal muss ich dich so ein bisschen zu deinem Glück zwingen, oder? Okay. Oh, wir haben es schon geschafft. Äh, ich gebe mein Ziel auf. Oh, schubst mich nicht. Oh, Mann. Okay, aber wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. 36 Leben haben wir sogar noch, sehe ich links oben. Gut, wenn du mit Luigi spielst. Ja, wenn Luigi mal wieder runterstürzt, dann ist es ganz praktisch, dass man mal ein Leben mehr hat. So, Häuschen überspringen wir, aber da oben ist noch ein Level. Oh. Oh, Covid-19. Julgalo. Julgalo. Oh, entschuldige. Julgalo heißt Spieles. Ja, das weißt du. Ja. Wow, hier läuft's. Oh, nein, 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 nein. Ui. Zum Glück habe ich den besten Bruder der Welt. Guck mal, wie du die ganze Zeit auf meinem Kopf spielst. Bounce, 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 bounce. Na, toll. Pustekuchen und Teppichtörtchen. Das hat nicht funktioniert. Aber wir haben das Level beendet. So, weiter geht's. Wir haben noch zwei Level hier in Welt 1 und es gibt, glaube ich, wie viele Welten? Zwei, glaube ich, oder? Zwei. Oh. Oh, Mathezeit. Mario gegen Luigi. Zum Glück bin ich nicht dabei, weil ich bin das Mathe-Genie von uns beiden. Ja, bestimmt. Wir wissen ganz genau, welche etwas besser ist. Schau mal. Siehst du, da ist eine Aufgabe. Zwei plus drei. Oh, ja. Zwei plus drei ist... Jeder weiß es von uns. Genau. Aus. Man kann sogar zwei plus drei auf einer Hand abzählen. An eine Hand oder auf einer? Beides. Auf einer und an einer. So, rein mit uns. Hutsch, Luigi. Das ist typisch. Du schaust noch durch die Gegend. Oh, was müssen wir jetzt machen? Rutschbahn. Welche, welche, welche Seite? Links oder rechts? Okay, wir teilen uns auf, okay? Okay, let's go. Okay, los geht's. Au! War beides falsch. Der Stachel hat mich in mein Popo gefiext. Okay. Oh, nein. Wir müssen das Level wiederholen. Okay, wir merken uns also, der richtige Weg war in der Mitte. Ey! Bruder! Komm jetzt rein und jammer dich die ganze Zeit. Mann, Mann, Mann. Luigi, komm doch hinterher. So, wir nehmen jetzt die Mitte. Wir haben jetzt gelernt, dass das der richtige Weg sein muss. Und ab durch die Tür. Wo sind wir jetzt? Oh, schon wieder so, Alter. Da gab es einen Hinweis. Rechts soll richtig sein. Sagen wir es versuchen? Ich probiere es mal. Komm doch hinterher, Luigi. Also manchmal stehst du einfach so da. So. Oh, ich war ein Schlüssel. Au! Okay, links oder rechts? Links. Okay, ich gehe da runter. Geh du irgendwo anders runter? Oh, habe ich Glück gehabt. Luigi hat leider verloren. Ja, weil du immer oben stehen bleibst. So, rein mit uns. Oh, nochmal. Jetzt aber links. Links, echt? Ja. Okay, geh du links, ich gehe nach rechts. Wo bist du? Oh. Ich habe gewonnen. Moment, es geht ja noch mal weiter. Nochmal ein Rätsel. Ähm, welche Seite nimmst du? Ich nehme... Mitte? Okay. So. Oh, Mitte war richtig. Mario, bleib am Leben. Ich brauche dich doch. Das war knapp. Aber da vorne ist das Ziel. Oh. Oh. Wie hast du das gemacht? Tja. Ich war mal im Geräteturnen früher. Geräteturnen. Luigi war damals im Geräteturnen. Olympiasieger am Rack. Alles klar. Ich weiß nicht, wie du spontan auf sowas kommst. Okay, weiter geht's. Wir kommen jetzt in das Luftschiff von König... Bowser. Gut, was steht da? La Casa de las Moderas. Das Haus der Münzen. Oh, okay. Oh nein, ich sehe schon, Mario darf pupsen. Oder will Luigi pupsen? Nimm du. Luigi pupst. Okay. Ja, dann pupst mal hier rüber, bitte. Ey, steck fest. Mach mal bitte auf. Luigi, flieg mal bitte nach links. Nach links. Du musst nach links. Nicht hier gegen die Wand. Guck mal. Ah ja, da kommt die Bombe. Schau mal. Ich hab meinen Dickkopf. So, jetzt komm, komm rüber, komm rüber. Okay, Achtung, Achtung. Ja, ein bisschen mehr pupsen hier. So, zack. Du musst mir jetzt helfen. Ach, ich muss dich da hochpupsen. Ja, du... Ich muss auf... Auf deinem Kopf springen. Ja, ja, gut. Schluss mit den Pupsgeräuschen. Jetzt komm mal bitte runter. Ich spiele hier mit einem Profispieler. Ich merke schon. Sag mal nach oben. Jetzt noch links. Sehr gut. Und... Inzwischen habe ich das Pupsen wohl gelernt. Ja, jetzt hier aber quer nach oben, bitte. Komm, komm, komm. Ja, jetzt nach oben. Nach oben. Genau, genau, genau. Okay, jetzt Achtung. Ich springe jetzt gleich ein bisschen nach oben noch. Okay, okay. Das reicht, das reicht, das reicht schon. Sehr gut. Okay. Jetzt hinterher, hinterher. Wie das aussieht. Der Pups in der Luigi. Jetzt komm ich hier rüber. Oh, oh, es geht nach unten. Okay. Flieg du schon mal vor. Ich weiß noch nicht, wo wir da landen können. Okay. Ich ruts mich nach unten. Boah, hab ich Glück gehabt. Wie aktivieren wir das jetzt? Ich glaube, du musst dagegen fliegen, oder? Ah ja, okay, okay, okay. Nochmal, nochmal. Zurück, 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 zurück. Oh, Luigi. Ah, nee, guck mal. Da oben. Jetzt. Okay, da hatten wir jetzt aber Glück. Autsch, Autsch, Autsch. Jetzt komm mal nach oben. Wir müssen vor allem noch die ganzen 30er Münzen sammeln. Haben wir noch gar nicht gemacht. Ja, aber inzwischen sind wir doch ein eingespieltes Team. Ja, aber das hat ja nichts mit den Münzen zu tun. Nein, aber... Was aber? Es funktioniert besser. Komm mal mit, komm mal mit. So, jetzt baue ich dich wieder. Bisschen nach oben. Das ist auf jeden Fall ein Level, das nicht für zwei Spieler ausgelegt ist. Wandsprung geht ja auch nicht, deswegen Achtung. Ja, ich probiere es. Moment, Moment. Oh, nicht wegpupsen. Nochmal. Entschuldigung. Konzentration, Konzentration. Und... Ui, oh, geschafft. Aua, Bruder. Komm mit, komm mit. Du hast es auch zugenommen in letzter Zeit. Ja, dankeschön. So, jetzt... Ich mache doch so viel Sport. Achtung. Oh, 30er Münzen. Da sind die, die wir gesucht haben. Und wir können jetzt ins Ziel. Tschüss, Luigi. Danke für deine Hilfe. Na, dankeschön. Kurz und schmerzlos haben wir das Level beendet. Und wir kommen in die nächste Welt. Wuuu. Okay, was kommt jetzt? Was denkst du? Wüste. Lava. Wasser. Wasser. Echt? Ich sage Wüste. Meistens kommt die Wüste. Weltall. Okay. Und es kommt ein Koopa zum Anfang. Speedrun. Oh. Oh, ich liebe Speedruns. Vor allem mit dir. Ich bin eher so der Langläufer. Renn, 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 renn doch, Luigi. Mach ich doch. Oh. Okay, ich renne am... Okay, ich nehme den Koopa mal mit. Man weiß ja nie. Viele Goombas. Da oben sind ganz viele Klauenkutschen. Da bevorzuge ich doch meine Seifenblase. Ja, schön für dich. Achtung. Aua. Achtung, Achtung. Weiter, weiter. Komm mal hier rüber. Au. Au. Perfekt, perfekt, perfekt. Reih mit uns. Hui. So, Luigi, komm schnell hinterher. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Jetzt hier. Oh, ich gehe gleich weiter. Aua, mein guck. Schnell, 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 Luigi. Ja, ich komme ja schon. Oh, wir haben es geschafft. Bei dem Schlüssel war schon das Ziel. Null Sekunden hatten wir übrig. Hast du es gesehen? Ja. Gutes Timing an dieser Stelle. Oh, jei, jei, jei. Was sagst du dazu? Erstmal Ohren zuhalten. Wie fandst du das Level jetzt eigentlich? Bisschen zu schnell. Auf meine alten Tage. Als ob du so alt bist. So, weiter geht's. Was kommt jetzt für ein Level? Mario en la Hungula oder so ähnlich. Auf jeden Fall gehen wir in den Dschungel. Genau. Ab geht's in den Dschungel. Oh, jetzt haben wir erstmal Pilze. Hey, Pilzblätter. Okay, und jetzt haben wir auch die Yoshi-Eier. Ich liebe ja die Parts mit Yoshi. Mein Yoshi lässt sich nicht reiten. Jetzt, du musst auch richtig drauf springen. Nicht immer dran vorbeispringen. So, jetzt komm. Los geht's. So. Ei, 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 ei. Luigi, komm schnell. Mein Yoshi ist weg. Schnell, 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 schnell. Yoshi. Oh, wer ist denn da? Autsch. Mein Yoshi läuft ohne mich. Ja, da muss ich jetzt aber selber rennen. Oh, neuer Yoshi. Neuer Yoshi. Hey. Ja, ich zwinge dich zu deinem Glück. Bucht mich aus. Dankeschön. Oh, das sind ganz viele. Drei Yoshis. Drei Yoshis. Das hört gar nicht mehr auf. Ein Turbo-Yoshi. Okay. So, rein mit uns. Perfekt. Oh, rote Münzen. Oh, das ist ja einfach. Okay. Mach mal bitte die Tür auf. Ja, wenn dein Yoshi mal zur Seite gehen würde. Ja, aber du musst auch noch oben drücken. Das darfst du nicht vergessen. So, da muss das Ziel sein. Ich kann es schon förmlich spüren. Ah ja. Hinter dieser Kletterpflanze. Versteckt. Wie dein Level geschafft? Yes. Wie fandst du das Level jetzt? Besser. Ja. Warum? Weil Yoshi schneller rennen als ich. Pff. Okay. Wäre ich Klempner geworden? Bist du doch. Luigi ist Klempner vom Beruf. Wenn ich rennen könnte? Oh, nochmal Speedrun. Oh nein. Okay, okay, komm. Nicht mein Level. Wir haben 96 Leben. Schnell, 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 schnell. Die werde ich jetzt alle leider brauchen. Oh, wie komme ich da durch? Okay, wir machen das so. Ich renne durch. Ich komme zurück. Und dann renne ich so durch. Perfekt. Hey. Wir haben ein bisschen geschummelt, aber was soll's. So. Für das Schummeln bin ich doch zuständig. Ja, du bist der größte Cheater hier. Achtung, schnell, 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 schnell. Weiter, weiter, weiter. Speedrun. Nur noch 30 Sekunden für das Level. Ich bin gefangen. Ich sehe da unten nichts. Okay, ab in das Ziel. Wow. Da waren 50er Münzen. Der hat meine Füße abrasiert. So, jetzt aber schießen, schießen. Schnell, schnell, schnell. Okay, besiegt. Nee, noch nicht ganz. Weiter schießen. Schießen, schießen. Genau, 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 genau. Und rein mit uns. Schnell mit. Luigi. Ah, ich wollte in den Kühlschrank reingehen. Das ist kein Kühlschrank. Okay. Wir haben noch 10 Sekunden übrig. Das war nicht schlecht. Wie sagen wir bei uns in der Katzen-Community? Ihr wisst es alle ganz genau. Katztastisch. Wenn ein Level gut funktioniert hat, wenn alles geklappt hat, zum Beispiel in der Schule, in der Ausbildung, auf der Arbeit, egal wo, wenn es gut war, war es katztastisch. Und was haben wir hier? Nochmal ein Speedrun. Okay, okay. Äh, Luigi, ich übernehme mal. Ich glaube, bis wir hier durchgelaufen sind, vergehen Tage. Nein. Da lobe ich mir den Komfort der Seifenglase. Okay, ich spring mal hier kurz durch. Ihr wisst ja, ich bin hier geübter Mario-Spieler. Deswegen sollte das kein Problem sein. Ui. Oh! Das war jetzt Glück. Das war jetzt Glück. Und, ähm, ja, ich habe es nicht kommen sehen, wenn ich ehrlich bin. Für irgendwas musst du ja gut sein als Bruder. Du beziehst dich immer hier auf die, ähm, ja, Geschwisterliebe zwischen Mario und Luigi. Ich sehe schon. So, letztes Level für uns. Für diese Welt. Oh, die Burg. Castillo. Oder? Ja. Richtig ausgesprochen? Castillo. Okay. In die Burg. Erstmal komm, du komm mal. Ey! Immer schön in die Burg. Du hast gerade Burg gesagt. Immer schön in die Burg. In die Burg. In die Burg. Ich bin ein bisschen orientierungslos, Mario. Lauf da unten weiter. Komm. Ja, wenn ich nichts sehe. Ja, versuch's doch. Also, manchmal muss man mutig sein. Auch, das wissen unsere Katzenfreunde auch. Manchmal weiß man nicht, was passiert. Man hat Angst, aber man muss mutig sein. Denn, wenn man nicht mutig ist, wird man nie herausfinden, was passiert wäre. Jetzt war ich mutig und ich habe den Gumba kaputt gemacht. Okay, okay, lauf. Geh da gerne mal rein. Oh, nein. Oh, oh, nein. Was machst du, Bruder? Das ging leider in die Hose. Also, noch einmal. Noch einmal. Mehr Konzentration? Oh, nein. Jetzt war ich mutig und es ist schief gegangen. Ja, und soviel zum Thema Konzentration. Du darfst ja nicht nur mutig sein, du darfst gerne auch sehr konzentriert an die Sache rangehen. Ja. Aber manchmal brauchst du halt auch einen guten Freund oder einen Bruder, der einem hilft. Wie sagen wir immer so schön, nur zu zweit kommt man weit. Weit, genau. So, ich sehe schon, du schaust auch ab und zu mal meine Videos an. Das freut mich. Wo? Ach so, das ist okay. Ich habe mich kurz rausbekommen. Entschuldige. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Oh, der Arben Cooper. Oh, so, jetzt gibt es erstmal Pilze. Pilze Action. Dabei magst du doch gar keine Pilze. Ja, das stimmt. Aber in dem Spiel liebe ich Pilze umso mehr. Achtung. Ich habe den Schlüssel. Auf. Ja, ja, ich mache ja schon Platz. Geh mal zur Seite, bitte. Neuer Abschnitt. So. Du willst wieder zurück? Nein, wir laufen in die Röhre. Ein Zehner. Jetzt ab durch die Röhre. Wir gehen am besten gleichzeitig rein. Komm, komm, schnell, komm, schnell. Eins, zwei und... Los geht's. Düt, 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 düt. Wo kommen wir da raus? Ah ja. Zum Glück sind wir beide so schlank. Also, nacheinander wären wir bestimmt durchgekommen. Ja. Aber gleichzeitig wäre es ein bisschen schwierig. So, Goomba Action. Doppel Goomba Action. Nein. Das ging etwas in die Hose. Das tut mir leid, Luigi. So, komm mal mit. Ich hol mich raus, danke. Okay, notfalls. Ja, bitteschön. Wenn du mich immer wirfst. Ja, tut mir leid. Ging gerade nicht anders. Ja, richtig so. Wein ruhig erstmal eine Runde. So, Achtung. Geh du schon mal vor und mach einfach die Gegner platt. Oh. Ich dachte erstmal, das sieht mir schlecht aus. Ja, der Cooper hat mich platt gemacht. Ja. So, zack. Bitteschön. Autsch. Und weiter geht's. Achtung. Oh. Wie immer. Tut mir leid. So, nächster Abschnitt. Wo geht's hier weiter? Ich hab keine Ahnung. Ein Cooper. Ich nehm mal seinen Panzer. Schau mal, der läuft wieder in seinem Unterhemd rum. Siehst du das? Ja. Das ist super lustig gemacht hier im Spiel. Und das bei so einem Wetter. Ja, es ist kühler geworden. Der Herbst ist da. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Oh nein. Oh ne, Luigi, ehrlich. Ich bin abgestört. Oh ne. Aber guck mal. Hier ist die Röhre. Ja, wir müssen noch zurück. Von dort kommen wir doch. Ja? Du hast wieder nicht aufgepasst. Typisch für dich. Du weißt doch, dass mein Orientierungssinn nicht der Beste ist. Ja, das ist wohl wahr. Komm mit. Wir beeilen uns. Wir wollen ja hier das Level jetzt abschließen. Und damit auch die Welt. Also ich sehe schon, Two Player, das ist nicht einfach mit dir. Oh, Luigi. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay, kein Problem. Du bist noch in der Übung. Ich glaube, wir müssen noch ungefähr ein Jahr üben, bis du dann so ein bisschen die Orientierung raus hast. Ich glaube, du musst noch üben. Ja, ich muss auch noch etwas üben. Das ging jetzt leider etwas schief. Wie sagen wir so schön? Teppichtörtchen. Komm schnell hinterher. Ja. Schnell, schnell, schnell. Oh. Teppichtörtchen, das war zu. Oh nein, Kamek. Ja, zauber das. Ja, steh doch nicht nur rum. Oh, ich steh nicht nur rum. Doch, gerade hast du nichts gemacht. Ich hab den... Kamek beobachtet. Ja. Auf Schritt und Tritt. Das muss schließlich auch einer tun. Äh, okay, los geht's. Luigi, komm schnell. Oh, da hab ich wohl die richtige Röhre genommen. Und ich bin in die Lava gefallen. Luigi, du hast es geschafft. Luigi. Luigi-Time. Level beendet. Nicht nur das, wir haben auch das Spiel beendet. Und damit unsere persönliche erste Auge. Danke, dass du dabei warst. Danke. Hat es dir Spaß gemacht? Ja. Ich hoffe euch auch, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite tippt damit euren Finger drauf und ihr kommt zu weiteren Videos. Die solltet ihr nicht verpassen. Und damit ihr auch in Zukunft keine Videos mehr verpasst, tippt links unten auf das Katzen-Symbol und Daumen nach auf Abonnieren, damit ihr alle Videos sehen könnt. Na dann, bleibt katztastisch. Und dann geht's dir vielleicht noch mal, Und da kam der Kuss. Er bin echt, gerade ab und recordiertest Du re Chin. auf der Kuhnäferin.